Und jetzt geht's los, wir schreien zu Bühnen auf die Spitz. Jetzt seid ihr live dabei beim Finale der Nintendo Championships 2009 in Berlin. Hier ist die erste Bühne, ob ich überlasse, den beiden kommen da hinten das Feld. Ach, verfallen mich auf das Feld, das ist langweilig. Oh, hey. Du wirst dich heute so unterbreiten. Oh, mach dich so lange. Oh, mach dich so lange. Scheussbild. Scheussbild, Alter! Ach, ja. Der Lackt so rum? Ja, ja. Einfach mal so ist das Finale hier. Ist das ein ganz schönes Angriff des Westens? Das war der Globeste, der ein Glückwandel sieht. Gehört zur Taktik. Damit der Örtweg macht. Ach schon. Ja. 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 Perfekt gut. Nee, geht nicht. Ich konnte Glück sagen. Ja, stopp, sech. Ja, stopp, sech. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wir haben hier mal Probe. Hoffentlich macht er keinen Boom. Ist das wirklich? Nein, nein. Nur werde ich so werden. Das ist ein Schlecker. Das ist der Unternehmenspiel für sich. Er hat seinen Falsch aus dem Reifen. Ohhhhhhh! Hat man mal den Patronik jetzt auch gemacht? Patronik war auf Skywalk, als hat man schon auch die Musik nicht. Das ist die Musik nicht. Jetzt müssen wir das noch nicht sagen. Aha. Hat er damit gerechnet? Vielleicht. Ja. Nein, bitte. Hier auf Glück ist es schwer. Das ist ja fast nichts anderes übrig. Alter, geh weg, du pädophiler Wichser. Das ist ja fast nichts anderes übrig. Und er hat sich gepiepert. Die Beechze. Das ist ja schon passiert. 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 Das ist ja so, dass der Boom kommt. Jawoll! Einfach mal ein Stand-Clear. So, jetzt einen riesen Applaus für unser Matthias aus Potsdam in Brandenburg. Er ist der Sieger, der Potsdam in Brandenburg ist in Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sind wir jetzt noch von 2 Platz 1, der sind Partykurse des Turniers. Da haben wir jetzt schon ganz bitter aus in der ersten Runde, aber er hat sich zurückgekämpft. Und er hat es geschafft, bis zum Finale. Bis zum Sattego, Christoph. Und das ist ein Pikachu und Pikachu. Und wisst ihr, wer von Christoph gekommen wird? Das ist Anthony. Er kommt von Pokémon Rock aus London, Pokémon Comedy. Und er wird die Preise überreichen. Applaus auf den Anthony. Eine Platinum Edition für Christoph und Platinum Edition. Und die Siegertafel für unseren Matthias. Ja, Fotos, Fotos. Auf jeden Fall. Erstmal Fotos von Matthias, dann Fotos von beiden, dann Fotos von Christoph und dann wieder von beiden. Und dann Fotos von Matthias. Und die den Kunde halten, sie kannst du vergessen ja, ne? Das bedeutet, das Finale der Senioren ist damit über die Bühne gegangen. Wir haben unsere beiden Qualifikanten für San Diego. Die beiden werden wir mal schicken in das Pokémon Championship in San Diego. 13.15. August. Und, äh, ganz wichtig ist jetzt, und machen natürlich weiter. Wir sind ja noch nicht am Ende. Jetzt dürfen alle Leute, die von 1997 geworden sind, und danach sich registrieren. Die wenigsten sind in der Ecke. Da findet die Registrierung für das Junior von mir statt. Danke.